wo muss ich denn jetzt hin wenn er keine ahnung wo ich hin soll gut schaue ich mich mal hier ein bisschen um auf der insel vielleicht gibt es ja hier so einen hintereingang so einen ganz versteckten man weiß es nicht aber das scheint nicht der fall zu sein naja auf jeden fall dankeschön für deine subsideale verschenkt hast sie ist hier immer hier vorbeizugehen gibt es ein paar diese schlüsselfragmente ich kann man immer gut gebrauchen so ich muss jetzt irgendwo da oben richtung norden eigentlich von hier aus gesehen mit der nase nach wir wollen ja mal gucken hier liegt aber auch kein brauchbarer kram rum hier ist gar nichts außer totes land so dass schön aussorten was ist da denn alles scheiße da wollte ich gar nicht runter egal schöne blaue oase da unten mal wieder toll aus jetzt von hier so richtig mit einem cliffhanger sprung da rein geht das nur ausprobieren leider kein körper gemacht ist ja langweilig wäre jetzt so richtig episch gewesen wäre jetzt so richtig ein hier ein schön kopf sprung gemacht hatte aber naja soll wohl nicht so sein dafür dass dieses spiel von einem indie entwickler gemacht wurde dann sieht das wahnsinnig wahnsinnig toll aus so schade dass man das ganze ui nicht ausblenden kann dann könnte man sich auch schöne screenshots machen was ist da oben denn was haben wir hier drin hier ist kornex oder was kann man ja nicht kaputt machen hier bei selda kann man auch kugel kaputt machen warum denn hier naja ein versuch war es wert geht nicht sonst gibt es ja auch nichts außer irgendwie eine höhle halt okidoki jaja weiß ich das war nicht nur an dem bot hat man richtig sie live dann maschinen keine ahnung was maschinen abwehr oder so dann an floffen tv dann an am arts ziehen und so weiter und dann hast du noch an den kiesinger 1 abgegeben auf jeden fall danke danke dafür so muss am morgen mal schauen warum die alert sich funktionieren aber ich denke mal dass ich dann streamlabs aber solange es wieder am chat angezeigt wird solange der talibot mir das sagt dann ist ja alles gut so ich wollte richtung richtung norden da hinten kann ich auch hin wo ich nicht mal überall hin kann hier wo ging es denn da jetzt wieder hin wenn ich jetzt da in die richtung jeder komme ich eigentlich nur da oben zu dieser ja das ist nur der marker von dem ding da wo ich nicht rein kommen das heißt ich muss dann ja quasi irgendwo was ist denn das hier nehmen eine muschel hört irgendwo in die richtung die karte ist halt auch total bescheuert hier im spiel das hätte man alles ein bisschen was ist denn hier zum beispiel da muss ich zum beispiel hin da setzt sich jetzt einfach mal ein marker so dann habe ich das aber besser im blickfeld wo ich hin muss oder wo ich hin möchte ja da muss ich sowieso mal gucken ich habe für die subsets speziell noch keine speziellen emojis oder so reingehauen weil das relativ selten mal vorkommen dass jemand subscribt und ja muss ich mal gucken der kanal der vitae demnächst komplett umstrukturiert da läuft ja derzeit quasi was denn das hier flaschenpost näher sind tote hühner oder sowas da läuft derzeit quasi eine beta bei einem talibot weil demnächst wird das so laufen dass die zuschauer monatlich bei mir was gewinnen können steam keys und so weiter und sofort talibot der protokolliert ja quasi wie lange wer wie zugeschaut hat ja wenn du zum beispiel mal ausrufezeichen time in den chat schreibst wird dir angezeigt wie viele stunden wie viele minuten du schon zugeschaut hast und einmal im monat werde ich dann quasi die top 3 dieser zuschauer raussuchen und werden halt in dieser top 3 liste ist der gewinnt von mir einen steam key ja ich bekomme monatlich diverse keys durch meine sponsoren zugesteckt und demnächst wird dann halt dann quasi dann so ein gewinnspiel monatlich geben ich ziehe dann monatlich dann einmal die ersten drei top user raus man kann ja zum beispiel auch mit ausrufezeichen top time sich die top user zum beispiel anzeigen lassen ja und wie gesagt die ersten top 3 die oben auf der liste stehen die dann halt gewinnen und quasi dann als steam keys oder was auch immer irgendwas anderes und dann wird dann einmal diese liste wird dann komplett resettet für den nächsten monat und dann hat quasi jeder wieder neues glück und kann dann schauen wenn er dann halt dann entsprechend gut zuschaut dann kann er was gewinnen zu werden und halt die zuschauer bei mir im stream dann entsprechend ja belohnt ich überlege gerade ob ich da oben mal rauf gehen soll das ist so interessant aus ich gehe da mal hin hast ja dachte bei open world spielen du kannst überall hinlaufen willst du mal gucken was ist da und was ist dort so warte mal was hast du noch nicht alles geschrieben nein die zehn minuten die du jetzt zugeschaut hast die sind jetzt insgesamt die du in diesem monat quasi zugeschaut hast wir haben jetzt seit dem oktober und das heißt du hast jetzt hier im oktober zehn minuten zugeschaut und im november wenn das ganze jetzt schon laufen würde dieses gewinnspiel dann würde ich jetzt quasi am ersten november würde ich die ersten drei aus der top liste rausnehmen ich würde die anschreiben den einen steam key geben und dann würde ich einmal dann die liste komplett resetten und dann fängt quasi jeder bei null an also jeden monat fängt halt quasi jeder bei null an und kann sich dann quasi halt nach oben schauen in dem sinne und werden halt ja entsprechend fleißig meine streams verfolgt und zuschaut und so weiter und so fort der kann dann halt ja dann immer schön was gewinnen und nebenbei sammelt man ja auch noch gold in meinem live stream und da wird das wird auch demnächst komplett überarbeitet und dann kann man sich dann zum beispiel von diesen gold das werde ich aber vielleicht noch um in den tali coins oder so muss ich mal gucken da kann man sich dann auch dann steam keys für kaufen quasi ähm dass ich dann zum beispiel sage für 1500 gold wenn du die bekommen hast kannst du dir einen steam key kaufen für das spiel ähm king den cams ähm deliverance ja oder du kannst hier für 2000 äh gold dann meinetwegen planet coaster kaufen oder was auch immer je nachdem was ich gerade für steam keys habe und so weiter und so fort können das dann halt mal ein bisschen größer ein bisschen billiger ein bisschen billiger ein bisschen teurer werden je nachdem und dieses gold oder tali coins oder wie auch immer ich muss mir da noch einen vernünftigen namen zu einfallen lassen die sammelt man dann halt wenn man halt fleißig zuschaut dann sammelt man das halt und wenn man zu denen dann noch im chat aktiv ist dann kriegt man halt ein bisschen mehr oder halt auch ein bisschen weniger wenn man ein bisschen trinkgeld da lässt dann gibt es dann halt auch noch ein bisschen gold und so weiter und so fort aber das ist halt derzeit alles noch quasi mehr oder weniger in der beta phase weil ich bin derzeit dabei den tali word komplett um zu programmieren und da muss ich halt noch müssen dran justieren und schrauben opala so was haben wir denn hier oben jetzt ok da geht es runter was sind das hier springen wir mal hier rein ok jetzt bin ich hier unten was kann man denn da interagieren ja lol jetzt fährt das ding nach oben weißt du wo ich gerade runter gefahren bin du bist mir auch ein kasper leer du du bist aber jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus ne äh doch ne ich komme doch raus ich muss noch mit dem gerät wieder nach oben fahren was haben wir hier stehen kann ich das lesen was steht da kann ich nicht lesen gut dann fahre ich mit dem fahrstuhl nach oben gut dann gehst du da äh irgendwo raus hin äh einmal dahin ali hopp oh yes baby so wo habe ich denn meinen marker gesetzt ich wollte irgendwo da hinten wollte ich hin was sind das denn da für dinger die da gerade weg laufen will ich das wissen ich glaube nicht so ich muss halt nur mal gucken wie ich das mit dem talibot dann konkret mache dass man sich diese dinger quasi kaufen kann ähm dass man diese dann einlösen kann die coins naja ich glaube das kann ich durch ein comment dann zum beispiel regeln dass ich dann sage okay man schreibt jetzt ein comment weiß ich nicht ausrufezeichen äh landed coaster zum beispiel und dann werden die dann 1300 gold dafür abgezogen also das heißt dann man kann diesen befehl dann zum beispiel nur ausüben wenn man halt auch dementsprechend zu viel gold auf lager gerade hat das wäre möglich dazu könnte ich das an die gut regeln das ist eine gute idee ich habe noch so viele sieben kiss hier um liegen die müssen einfach mal weg die müssen einfach mal weg und so kann ich dann halt quasi die richtigen zuschauer belohnen weil wie gesagt ich bin ja ein etwas anderer streamer als andere weil ich schreibe ganz bewusst nicht in meinen stream titel rein hier heute give away und hast du nicht gesehen das machen halt sehr sehr viele andere streamer und meistens beabsichtigen die eigentlich nur damit ähm ja um leute anzulocken die dann halt einen zuschauen das problem bei der geschichte ist dann aber es ist dann ja schön und gut du hast dann vielleicht viele zuschauer ähm aber meistens siehst du die in der regel dann nur einmal weil sie was abschnorren wollen und danach siehst du die in der regel nie wieder ja und deswegen mache ich dann lieber ganz spontan irgendwelche gewinnspiele und kann so dann halt meine richtigen zuschauer in dem sinne belohnen ganz egal ob es jetzt meinetwegen nur fünf leute sind die zuschauen oder was auch immer aber diese leute werden dann halt wirklich dann auch entsprechend belohnt und können sich halt freuen anstatt dass dann halt irgendwie diese schnorrer vorbeikommen die dann wirklich nur einmal kurz vorbeischauen weil es was zum abgrasen gibt ja so rennt doch nicht immer weg wenn ich euch killen will weil es gibt bestimmt was gutes wenn ich euch töte ich habe zwar noch keine ahnung was es dafür gibt aber irgendwas gibt es bestimmt irgendwie fleisch oder essen ich weiß es nicht man hört hier immer irgendwelche geräusche aber man sieht hier einfach nichts es ist traumhaft ach traum 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 traumhaft die kannst du gar nicht töten die rennen ich habe immer einen haufen die komischen dinge ok verstehe hey soll ich dir helfen komm ich helfe euch wow aua 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 alter wie hau ich denn mit einem verdammten schwärz lass ich doch mal eben den loot einsammeln kollege warte mal ich komme gleich wieder kollege mein schwert geht gerade nicht lass mich doch mal in ruhe ich muss ihn vom acker machen hier warum kann ich mit dem schwert gerade nicht zuhauen habe ich keines ausgerüstet oh man ey komm lass mich in ruhe du komisches ding du ach du dummes sting du ey die sind so oberpowert hier die sind so mega stark die viecher das ist wahnsinn mm hm 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 Ja, so. Ich muss auf jeden Fall, was Schwertkampf angeht, das muss ich alles noch ein bisschen besser lernen. So, jetzt haben wir Marker resettet worden. Ne, mein Marker ist da hinten. Okay, in die Richtung gehen wir dann jetzt auch mal. So, und dann gucken wir nochmal, wo der Highlight jetzt längs kommen. Ich bin ja schon quasi fast am Ziel. Und dann sehen wir noch etwas. immer schön still leise heimlich was bist du denn für ein gerät alter kann ich auch irgendwie zur seite springen hier oder so es gibt gar nichts diese steuerung im spiel die macht mich kirre vor allem das ist so krass die hauen zweimal drauf und dann bist du vertot das ist ähnlich irgendwie nicht witzig das ist nicht witzig es muss eine möglichkeit geben du kannst ich keine rolle zur seite machen du kannst irgendwie wir sind so kannst du eine ausweich rolle machen das auch alles aber nicht wenn du die dinge irgendwie gerade im fokus hast sie bloß leine weil so machen wir das spiel eigentlich kaum spaß eigentlich weil die gegner hier echt so stark sind woher ist er denn ach hier muss ich ja hin oh ich brauche hilfe der ort ich brauche hilfe ach du liebe zeit ja also erstens ich bin nicht ort nein wer bist du sondern wes der weitaus aktivere und weniger streng riechende bruder von dort zweitens wer bist du denn du brauchst etwas und sie ist merkwürdig aus ich heiße ju ich komme von den ach ja diese geschichten wirklich merkwürdig ja ich muss in eine gruft hinein kommen wow du redest bestimmt nicht um den heißen brei herum aber davor liegt ein großer trümmer haufen dein bruder hat mir schon mal bei der trümmer beseitigung geholfen also dachte ich hat dir geholfen hätte nicht gedacht dass ich das noch erleben würde kannst du mir dabei helfen sie weg zu räumen na klar aber ich aber nicht ohne gegenleistung eine hand wäscht die andere verstehst du was muss ich denn tun du kannst mir helfen einen plan von mir und meinem brüder auszuführen es ist eine art experiment und etwas und der quatsch und zwar eines dass den tausch handel in diesem gebiet gewaltig ankurbeln wird für diesen plan brauchen wir natürlich ein paar zutaten bei denen es allesamt um rollen abzeichen handelt was ist denn das du bist hier aber wirklich neu dabei handelt es sich um abzeichen die dörfer in der wildnis tragen diese abzeichen haben sich von ihren anführern für die ausführung bestimmter tätigkeiten in ihrem zeitplan erhalten genau da kommst du ins spiel du musst sie denen abnehmen die ihre arbeit nachgehen im obergeschoss unseres hauses findest du ein paar geräte die wir erfunden haben um dir bei dieser aufgabe zu helfen dort findest du auch ein paar beispiele dafür wie diese tätigkeiten aussehen natürlich kannst du auch auf gewalt zurückgreifen aber es gibt es auch andere optionen wie das wunderkerzen wie die wunderkerzen falle außerdem liegt auf der insel im mitten der überreste alter dörfer tatsächlich auch einige abzeichen herum du wirst das bestimmte auf die reihe bekommen du siehst intelligenter aus als es dein geruch vermuten lässt ja genau wir sprechen uns bald okidoki hört sich interessant dann ok ich gehe mal in sein haus wo geht es denn da rein da was hat er gesagt er im obergeschoss was habe ich nur eine kerze angemacht oder was so was haben wir denn hier du hast eine idee für eine falle sobald eine kreatur in eines dieser kampfgeräte tritt wird sie diesen effekt aktiviert ok also ein blueprint für eine falle halt logischerweise so was haben wir denn hier noch so das scheinen die arbeitstrüppe scheint die arbeitstrüppe zu sein die west erwähnt hat anscheinend verhält es sich hier so die wachen tragen dickere waffenröcke die sammler tragen leere körbe er ist kein wunder warum ich gegen die geht noch nicht ankommen die körbe des händlers sind jetzt wieder voller jetzt kapiere ich gar nichts mehr ok einflussnehmer können starken einfluss darauf haben wie sich dörfer und ihre einwohner für eine bestimmte zeit verhalten sie können dörfer bei ihren kampf ums überleben entweder unterstützen oder sabotieren diese gegenstände werden aktiviert sobald sie über sobald sie über tausch geschäfte oder spenden in das inventar eines dorfes gelangen ok hört sich alles irgendwie sehr sehr interessant dann allein die ganze mechanik dahinter sitzt gut ja habe ich ja sehr viel zu tun muss gucken weil ich habe irgendwie gerade ganz viel kram eingesammelt muss man kurz gucken was habe ich denn da gerade bekommen ähm 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 so bam 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 schwert okay ich 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 Vielen Dank.